Mein Name ist Rainer Eschner, ich bin Lehrer am Gymnasium Lohne und einer der Leiter der Musical.AG. Besonder an der Musical.AG ist, dass wir eine große Vielfalt an Schülern und Ehemaligen und sogar mittlerweile auch Berufstätigen innerhalb dieses Projektes vereinen und dass ein unglaublich großer Zusammenhalt jedes Jahr wieder entweder da ist oder sich wieder neu entwickelt, wenn neue Mitglieder hinzukommen und alle gemeinsam an dem jeweiligen Projekt arbeiten und Woche für Woche proben, um dann am Ende fantastische Aufführungen auf die Bühne zu bringen. 25 Jahre Musical.AG im Rückblick bedeuten für mich, dass sich jedes Projekt entwickelt hat, das aber auch von Projekt zu Projekt eine Weiterentwicklung zu beobachten war und dass es aber auch gewollt war und dass wir tatsächlich jedes Jahr schauen, was war gut, das wollen wir beibehalten, was kann man noch anders machen, was kann man besser machen und das probieren wir jedes Jahr wieder und entwickeln uns auf diese Art und Weise, spielen unterschiedliche Werke, werden größer und werden auch hoffentlich immer ein Stück weiter besser.